Hi Sportsfreunde! Ja, die ersten Sonnenstrahlen kommen so langsam raus. Der Sommer kommt langsam aber sicher näher. Und genau deswegen haben wir heute ein Bauchkeller-Workout für euch. Wir hoffen, ihr habt gute Motivation und macht wie immer fleißig mit. Viel Spaß! Okay Sportsfreunde, denkt bitte immer dran, bei der Anspannung auszuatmen, um die Kontraktionen der Bauchmuskulatur zu erhöhen. Wir fangen an mit Beinheben. Jede Übung machen wir für 30 Sekunden. Stellt euch am besten einen Timer. Alternativ hierzu könnt ihr auch die Beine einrollen. So Sportsfreunde, nun halten wir die Beine und Arme schön nach oben, schön in den Bauch reinatmen und die Bauchmuskulatur anspannen. Nun begeben wir uns in die Plank-Position und schieben den Po immer schön nach hinten. Auch das machen wir für 30 Sekunden. Wir verbleiben in der Plank-Position und ziehen die Knie zu den Ellbogen heran. Auch hier wieder für 30 Sekunden. Zurück in der Liege-Position machen wir noch einmal Beinheben, allerdings ziehen wir die Beine im Wechsel an. Die nächste Übung ist der Commander. Wir begeben uns in die Liegestütz-Position und ziehen die Beine zur Brust an. Je schneller ihr werdet, desto anstrengender wird es. Die vorletzte Übung ist der Russian Twist. Wir bewegen unseren Oberkörper mal zur rechten und linken Seite. Und das auch hier für 30 Sekunden. So, Sportsfreunde, fast geschafft. Wir gehen nun in den seitlichen Plank und heben die Hüfte an. Wir machen dies rechts und links für jeweils 30 Sekunden. So, Sportsfreunde, danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr seid gut ausgepowert. Das war's jetzt mit dem Bauchküller-Workout. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.